Ja, was sehe ich denn da? Eine richtige Braut, die mich besuchen kommt. Kommen Sie, sie heiraten heute. Heute, okay. Alles Gute. Ja, so sieht es aus, wenn Bräute im tollen Brautkleid hier für uns stehen, glücklich. Ja, auch mit dem Kleid. Mit allem. Ja, wünsche Ihnen alles Glück der Welt. Dankeschön. Und einen Traumtag. Richten Sie es auch Ihren zukünftigen aus. Ja, und das ist Ihre Brautjungfrau. Meine Trauzeugin. Ihre Trauzeugin. Bitte immer schön die Schleppe richten. Ja, auf jeden Fall. Ich habe schon Anweisungen bekommen. Das ist gut. Ja, wir erklären es ja auch meistens immer, damit ihr nicht unvorbereitet geht. Genau. Gut, alles Gute. Danke. Tschüss. Wir starten heute. Brautmode 2020. Ich habe in allen Häusern schon die meiste Brautmode 2020 da. neue Designer. Wunderschöne Designer. Designer, die ihr nur bei uns bekommt. Und hier sind die ersten zwei Kleider. Einmal Schlicht im Meer mit Stil und einmal Bohemian. Beide von der Firma White One. Ist alles schon in unseren Häusern erhältlich. Ja, und ich würde sagen, wir starten mit diesem Kleid. Es ist ein wunderschönes Bohemienkleid. Wunderschöne Spitzen hier im Oberteil. Einen wunderschönen, leicht herzförmigen Ausschnitt, der als V-Line verläuft nachher. Schöne, transparente Trägerchen. Alles bestickt mit Glasperlen, mit Perlen in Permut. Hier die herrlich geklöppelte Spitze in der Taille. Es zaubert eine wunderschöne Figur. Der fließende Rock. Stellt euch mal vor, ihr seid am Strand mit diesem Kleid und geht den Strand entlang, in die Wellen. Und das Kleid schwimmt im Meer. Leute, das ist doch ein traumhafter Ausblick. Der Rücken. Das nenne ich einen Ausschnitt im Rücken. Ganz toll zieht es die gleiche Linie wieder im Rücken wie der vordere Ausschnitt. Herrlich, diese Bogen, die hier praktisch wie kleine Fächer reinragen. Die Knopfleiste. Dann der Reißverschluss, mit dem ihr das Kleid schließt. Und hier die wunderschöne Schleppe. Also ein traumhaft schönes Kleid. Schaut mal, könnt ihr euch so vorstellen, mit eurem Bräutigam auf eure Hochzeit in der Kirche entlang zu schreiten. In diesem Traumkleid. Und das ist ein Kleid, was ich auch empfehle, für Bräute von 32 bis Größe 46. Man kann auch noch 48 nehmen. Nur dann muss man den Rücken schließen, etwas, dass man irgendwas covert, damit man auch ein BH drunter tragen kann. Die Kleider. In diesem Stil gibt es von 900 bis 1500, 1800. Je nach Hersteller. Ja, und meine liebe Mode. Sie hat ein wunderschönes Mermitkleid. Ein ganz raffiniertes V-Line hier im Ausschnitt mit dem Englisch-Netz. Ganz schlicht geht das Kleid bis in die Schleppe rein. Der raffinierte Rücken, bitte auch nicht zu verkennen. Auch wieder ganz, ganz tief den Rückenausschnitt. Die wunderschöne Knopfleiste, worunter sich ein Reißverschluss befindet. Die raffiniert gearbeitete Schleppe. Und schaut mal, meine Damen, auch hier. Ihr habt eine große Schleppe, die vor allen Dingen bei den Bildern oder wenn ihr in der Kirche schreitet, sehr, sehr gut zur Geltung kommt. Es ist ein raffiniertes Kleid und dieses Kleid könnt ihr auch später ändern. Da könnt ihr ein kurzes Cocktailkleid draus machen. Oder ihr färbt es ein und lasst es zum Abendkleid umarbeiten. Also vieles ist möglich. Da fragt mal unsere Schneiderinnen, wenn es dann soweit ist. Wir ändern euch gerne auch das bei uns gekaufte Brautkleid. Und dann fragt ihr mich, wer kann das denn überhaupt tragen, Marita? Also das würde ich sagen, das kann eigentlich jede Frau bis Größe 46 tragen. Vorausgesetzt, sie hat nicht so einen Riesenbusen. Denn das Problem ist einfach, die Kappgröße bei diesem Hersteller, der ist meistens auf BC ausgelegt. Ab DEF muss man schauen, wie es ausschaut. Ja, das ist ein Kleid, was von 900 bis manche Kleider 2.500, 3.000 Euro kosten, je nachdem aus welchem Material sie sind. Das ist aus feinem Jersey-Krepp. Und ich muss sagen, das ist sehr dankbar. Das ist auch ein Kofferkleid, wo man es gut mit auf den Flugzeugtransport nehmen kann. Und es ist einfach raffiniert, elegant und sexy. Ich freue mich ganz besonders, wenn ich euch hier sehe und aus euch glückliche Bräute machen kann. Ja, bis bald. Eure Marita.